Ein weiser Mann hat einmal gesagt, man muss sterben, um zu leben. Ah. Ah. Ja, davon halte ich überhaupt nichts. Ich denke mal, ich lebe lieber zuerst und stirbe dann irgendwann später. Ich stirbe dann irgendwann, samt meiner Anomalie. Anatomie! Du weißt ja auch nicht, was du bist. Anomalie hat nichts damit zu tun, das ist die Abweichung vom Normalen. Das passt eh zu dir.